Es läuft gut mit den Kleen. Ich sollte bis Montag fertig sein. 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 Hey, nicht so wild. Ihr werft mich ja um. Heute ist der große Tag. Bin ich jetzt erwachsen? Zehn Jahre ist noch nicht ganz erwachsen, aber das wird. Darf ich jetzt Auto fahren? Ich glaube, damit musst du noch ein bisschen warten. Ethan, kannst du mal helfen? Ich komme. Sie sind so aufgeregt seit heute Morgen. Ich konnte sie im Supermarkt kaum wenden. Wie war dein Tag? Ist die Arbeit gut gelaufen? Ich bin ganz gut vorangekommen. Nur noch ein paar Details und dann sind wir soweit, dass wir die Pläne Kunden zeigen können. Ich habe noch tausend Sachen zu tun. Ich werde nicht fertig, bis Jatons Freunde kommen. Hilfst du mir bitte? Ah, die Dessertteller sind im Wohnzimmerschrank. Kein Problem. Ich mache das schon. Die Tür klemmt immer. Du musst festziehen. Das ist das Fett von meiner Mutter. Pass auf, okay? Keine Angst. Ich will ja schließlich auf keinen Fall Ärger mit deiner Mutter kriegen.